Lass uns den Baum richtig festlich schmücken. Auf jeden Fall. Oh wie schön, es ist endlich soweit. Jetzt wird der Baum wieder geschmückt. Ich liebe das. Das bedeutet, es gibt bald wieder sowas Leckeres zu essen. Jam, jam, jam. Als erstes brauchen wir die Lichterkette. Okay, mal schauen, wo sie ist. Die ist hier nicht. Bei mir auch nicht. Aber wir haben doch alle Weihnachtskisten hochgebracht. Wir fragen Mama. Mama? Mami? Ja? Weißt du, wo die Lichterkette ist? Die muss in einer der Kisten sein. Da ist sie aber nicht. Dann sag Papa Bescheid. Er soll im Schuppen oder im Keller nochmal nachsehen. Warum müssen Frauen vor Weihnachten immer so einen Stress machen? Putzen, kochen. Die Weihnachtszeit sollte eine besinnliche Zeit und ruhige Zeit sein. Also von besinnlich merke ich hier gerade überhaupt gar nichts. Und jetzt noch das Klo. Mir bleibt aber auch gar nichts erspart. Papa? Ja, was ist denn? Du sollst mal gucken, wo unsere Lichterkette abgeblieben ist, hat Mama gesagt. Hat sie das? Ja. Na, dann gehe ich natürlich gerne die Lichterkette suchen. Vielleicht kommen ja die sieben Elfen vorbei und putzen das Bad für mich weiter. Wer weiß, träumen kann man ja mal. Schließlich ist ja Weihnachten. Habt ihr denn in allen Weihnachtskisten nachgesehen? Ja, haben wir. Da war sie nicht. Komisch, aber wir haben sie doch letztes Jahr in die Kiste geräumt. Mama meinte, du sollst mal im Schuppen oder im Keller nachgucken. Das mache ich. Man hat uns gerufen. Da sind wir. Wir sind zwar zu zweit und nicht zu sieb, aber das schaffen wir trotzdem ruckzuck. Fertig. Dann lass uns schnell verschwinden. Wow, wie sauber das hier ist und wie schnell er war. Sehr gut. Das Bad wäre erledigt. Bleiben nur noch saugen, bügeln und fürs Rackletters Gemüse vorbereiten. Hier, Kinder, die Lichterkette. Juhu, endlich. Wo war sie? Im Schuppen, aber keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Ich hätte schwören können, ich habe sie in die Weihnachtskiste gepackt. Hauptsache, wir haben die Lichterkette. Dann können wir den Baum endlich schmücken. Mach das. Noch ein bisschen nach rechts, Witch. Noch ein Stück. Jetzt wieder ein Stück nach links. Und ein bisschen drehen. Jetzt nochmal nach rechts. Ist das jetzt nicht langsam genug? Das ist ganz schön anstrengend, Liebes. Der Baum muss perfekt stehen, sonst bin ich nicht zufrieden. Das musst du verstehen. Ja, Liebes, ich verstehe es. Also, ich bin mit meinem neuen Platz sehr zufrieden. Es ist warm und direkt am Fenster. Hier kann ich alles überblicken. So ist es perfekt. Sehr gut. Ach, Annabelle, wie weit sind denn die Kanapés? Die sind fertig. Sehr gut. Dann leg mir bitte mein Kleid schon mal raus. Und schau bitte nach, ob es noch gebügelt werden muss. Selbstverständlich. Oh, jetzt noch das Bad sauber machen. Dazu habe ich ja gar keine Lust. Aber was sein muss, muss sein. Oh, es ist schon alles sauber. Viktoria muss das Bad zu Ende geputzt haben. Wie schön. Ach, schön. Das gefällt mir richtig gut. Ja, mir auch. Na, seid ihr fertig? Ja, und wie findest du es? Sehr schön. Ist euch wirklich gut gelungen. Oh, nein. Was ist? Ich habe die Möhren vergessen. Soll ich noch mal fahren? Würdest du das machen? Na klar, für dich doch immer, mein Schatz. Dankeschön. Und wir können jetzt schön fernsehen. Ich liebe die ganzen Weihnachtsfilme. Nach ein paar Stunden ist endlich alles fertig. Familie, es ist soweit. Wir müssen los. Zieht euch warm an. Es ist sehr kalt in der Kirche. Ich bin schon fertig. Wow, Greta, ich staune, dass du als erstes fertig bist. Ich kann es kaum abwarten, bis endlich Heiligabend ist. Aber ich muss noch schnell was machen. Was denn? Na, den Weihnachtsmann Kekse und Kakao hinstellen. Der muss doch ganz schön Hunger und Durst haben. Oh ja, du hast recht. Kann ich dir dabei helfen? Nein, danke. Das geht schon. Wir können los. Okay, dann auf, auf. Oh, Witch, ich bin so aufgeregt. Was da wohl drin ist? Oh mein Gott, die habe ich mir schon immer gewünscht. In Schwarz habe ich die ja schon, aber in Weiß war sie nirgends zu bekommen. Wie hast du das geschafft? Für dich, Liebes, mache ich Unmögliches möglich. Das weißt du doch. Dankeschön. Und die passt perfekt zu meinem Kleid, findest du nicht? Doch, die passt gut. Ich habe noch ein Geschenk. Was? Oh, ein goldenes Päckchen. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oh, Witch, die ist ja wunderschön. Freut mich, dass es dir gefällt. Diese Dior-Diamanten-Kette will jeder haben. Und ich habe sie. Ich muss sofort ein Bild davon machen. Die passt einfach perfekt zu meinem Tür. Gern geschehen, mein Liebes. Ist das langweilig? Wann ist das denn endlich zu Ende? Psst, sei bitte leise. Meinst du, der Weihnachtsmann war schon da? Das bezweifle ich gerade. Warum? Weil du gerade nicht artig bist. Doch, ich bin ganz artig. Ich kann ganz leise sein. Juhu, der Weihnachtsmann war da. Ich freue mich. Natürlich war er da. Ich habe ihn gesehen. Ihr wart ja weg. Was wohl so drin ist? Ich bin schon so gespannt. Können wir die Geschenke jetzt aufmachen? Na klar, ich kann auch nicht länger warten. Dann los. Hä? Oh nein. Stromausfall? Schon wieder? Hatten wir doch neulich erst. Draußen ist auch alles dunkel. Okay, und was machen wir jetzt? Wir könnten eine Kerze anzünden und im Kerzenschein die Geschenke aufmachen. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen die Geschenke im Dunkeln auf und müssen erraten, was es ist. Au ja. Coole Idee, Papa. Und so überbrücken wir die Zeit, bis der Strom wieder da ist. Was? Wieso ist das Licht ausgegangen? Wir haben anscheinend einen Stromausfall. Das gibt es doch gar nicht. Ich will aber die Geschenke jetzt trotzdem aufmachen. Nein, Heinrich. Wir machen die Geschenke erst auf, wenn der Strom wieder da ist. Na toll. Das ist ja spannend zu erraten, was das für ein Geschenk ist. Okay, ich versuch's mal. Hm, es ist sehr weich und kuschelig. Vielleicht ein Kuscheltier. Das wäre doch dann bestimmt für mich. Es hat einen langen Hals, eine Giraffe vielleicht. Das wäre toll. Ich habe noch keine Giraffe. Hm, aber hier ist eine Öffnung. Das kann kein Kuscheltier sein. Welches Kuscheltier hat denn eine Öffnung? Ich glaube, das sind Socken. Oh, dann hast du bestimmt mein Geschenk aufgemacht. Socken finde ich super, danke schön. Dann mache ich das nächste Geschenk auf. Hm, was könnte das wohl sein? Das ist eine kleine Flasche. Parfüm würde ich sagen. Die Frage ist jetzt, für wen das Parfüm ist. Na, das testen wir doch gleich mal. Das riecht blumig. Oh ja, ich rieche es auch. Das ist wohl mein Geschenk. Dankeschön. Das riecht richtig gut. Dann bin ich jetzt dran. Okay, mal sehen. Es klingt nach Perlen oder Steinchen oder Legosteinen. Ja, das ist mein Geschenk. Ich habe mir Lego gewünscht. Das scheint wirklich Lego zu sein. Nur welches Set das jetzt ist, das weiß ich nicht. Tja, das bleibt wohl, bis der Strom wieder an ist, eine Überraschung. Dann fehlt nur noch Anna. Mann, ist das groß und schwer. Was kann das wohl sein? Meine Familie ist schon seltsam, sitzen hier im Dunkeln und machen die Geschenke auf. Was ist denn nur mit denen los? Wieso machen sie nicht einfach das Licht an? Ich verstehe das alles nicht. Das ist echt nicht so einfach, ein Geschenk im Dunkeln aufzumachen. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und, was denkst du? Es ist ein Skateboard. Wie cool. Dankeschön. Das habe ich mir schon so lange gewünscht. Hört ihr das? Ja, das ist Weihnachtsmusik. Wo kommt die her? Das kommt von draußen. Lasst uns mal nachschauen. Oh, alle unsere Nachbarn haben sich versammelt. Ist das eine schöne Idee. Alle außer den Schicks. Und warum haben sie als einziges Haus Licht? Ist doch egal, Anna. Komm, lass uns zu den anderen rüber gehen. Was ist das denn hier für ein Lärm? Hallo, Frau Schick. Kommen Sie doch auch rüber. Nein, danke. Das haben wir nicht nötig. Wir haben natürlich Licht. Dank unserem Notstromaggregat. Sie haben ein Notstromaggregat? Natürlich. Da hätte ich ja auch von selber drauf kommen können. Außerdem wollten wir gerade unsere Canapés zu uns nehmen. Liebes, komm schon. Lass uns auch rausgehen. Es ist schließlich Weihnachten. Wir können unsere Canapés auch später essen. Ich weiß nicht. Wenigstens ganz kurz. Lass uns hingehen. Na gut, aber das mache ich nur dir zuliebe. Dankeschön. Oh, Frau Schick, Sie sind ja doch gekommen. Hat Ihr Notstromaggregat kein Benzin mehr? Halten Sie die Klappe. Lassen Sie uns doch heute nett zueinander sein. Schließlich ist heute Weihnachten. Kommen Sie näher ans Feuer. Okay, danke. Bitte, Frau Schick. Wir wünschen unseren Zuschauern schöne und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Tschüss. Tschüss. Hey, und was ist mit mir? Kinder, tut mir mal einen Gefallen und abonniert den Kanal kostenlos, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Also, tschüss. 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 Tschüss.